Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal hier bei Comaik. Ich arbeite noch immer an meiner Projektserie zum Bau einer neuen Rasenbewässerungsanlage hier auf diesem Grundstück. In den letzten Videos habe ich euch gezeigt wie ich die Anlage geplant habe. Ich habe euch gezeigt welche Bauteile ich verwende und heute werde ich anfangen die Gräben zu ziehen, die Rohre zu verlegen und die Sprenger einzubauen. Wenn ihr wissen wollt wie ich dabei vorgehe dann bleibt dran. Gleich geht's los. Nachdem ich die Zuleitung unter dem Gehweg hindurch in meine Verteilerbox verlegt habe, kann ich nun den Verteilerkopf an sich ebenfalls einbauen. Bevor ich das Ganze hier in dieser Box anschließe, werde ich jedoch vorab die Gräben schachten und die Rohre vorlegen und die Sprenger anlegen. Das macht den Anschluss später in der Box deutlich einfacher, weil ich weiß wie lang die Rohre sein müssen, wie viel Spiel ich da benötige. Ich habe mir meinen Plan ausgedruckt damit ich weiß welche Rohre wo an welche Position kommen und ich werde nun damit beginnen mit dem Spaten die Gräben entsprechend so auszuschachten an die entsprechenden Stellen wo ich hin muss. Es gibt hierfür spezielle Maschinen die das Ganze für euch ausheben können. In meinem Fall kann ich das Ganze nicht verwenden, denn knapp zehn Zentimeter unter diesem Mutterboden ist eine wahrlich schlechte Erdqualität mit vielen vielen Steinen und Schlacke. Damit würde ich nicht glücklich werden weil der Aushub oben drauf liegen würde. Bevor ich mit dem Aushub beginne muss ich einige Kleinigkeiten noch beachten. In meinem Fall ist zumindest im vorderen Bereich noch ein Kabel verlegt. Die Steuerkabel für meinen Rasenroboter muss ich hier zunächst wieder ausgraben damit ich das Kabel nicht aus Versehen durchtrenne. Das äußere als auch das Steuerkabel das ihr hier sehen könnt habe ich bereits freigelegt. Die Rückschleife muss ich noch freilegen. Weiterhin macht es Sinn wenn ihr euch parallel zu dem Graben den ihr ausschachten wollt eine kleine Folie ablegt damit ihr die Erde die ihr ausgrabt direkt auf die Folie legen könnt. Das solltet ihr dann machen wenn eure Rasen schon sehr gut gewachsen ist und die Qualität richtig gut ist. Denn die Steine und ähnliches die ich bei mir aus dem Untergrund herausholen würde die würden sich dann oben ablagern. Selbst wenn ich den Graben wieder schließe bleibt ein Teil an der Oberfläche liegen. Ich für meinen Teil werde dennoch auf diese Folie verzichten. Denn wenn ich hier fertig bin wird eine weitere Schicht an Erde aufgebracht werden. Wie ihr hier an dem Loch welches ich offen gelassen habe sehen könnt ist die Erde sehr sehr hart. Es hat seit Wochen nicht geregnet. Mittlerweile sind es knapp zweieinhalb Monate wenn man von einem kleinen Regenschauer in der Zwischenzeit absieht. Mein Ziel ist es mindestens eine Spatentiefe auszuschachten. Hierfür werde ich den V-Schnitt ansetzen. Das bedeutet ich mache einmal von links und einmal von rechts mit dem Spaten ein V eine Kerbe in die Grasnarbe in eine Tiefe von ungefähr 20 bis 25 Zentimeter. Dieses V-Stück nehme ich heraus, lege es beiseite und auf diese Weise kann ich einen Graben herstellen. Wenn die Rohre vorlegt sind kann dieses Keilstück der Erde genommen werden und einfach wieder hineingelegt werden, befestigt werden und das Ganze ist in dem Rahmen bereits fertig. Übrigens gerade auf größeren Grundstücken mit längeren Gräben macht es Sinn sich die Position dieser Schächte vorab einzuzeichnen. Ich habe hierfür ganz normales Markierungsspray verwendet damit ich weiß wo genau ich meinen Graben ziehen muss. Das Spray wäscht sich im Laufe der Zeit wieder hinaus und ist dann anschließend nicht mehr zu sehen. Übrigens das Spray findet ihr verlinkt unter dem Video in der Beschreibung. Und wenn ihr einmal dort unterwegs seid dann wäre jetzt genau der richtige Moment mir einen Daumen nach oben für dieses Video zu geben wenn es euch bisher gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt schreibt in die Kommentare. Ich antworte gerne. Ich bete mich an denna einen Daumen nach oben über und bei euch nach hinten geführt. Daumen nach oben ist, wo es euch wieder aufbauen hat. Und wenn ich nur noch gegen euch eine neue kleine Aufgabe habe, grünen, Das Ausheben der Gräben hat deutlich länger gedauert, als ich mir das erhofft hatte. Ihr seht, an einigen Stellen habe ich richtig gute Keile aus den Gräben herausholen können. An anderen Stellen ist die Erde zerfallen, wie hier. Und auch der Unterboden, wie ihr hier erkennen könnt, ist wahrlich nicht der beste. Das ist blanker Lehm, durch die Trockenheit hart wie Stein. Ich habe die Gräben dennoch auf eine Spatentiefe durchgezogen, habe das Ganze mit der Hake noch ein wenig glatt gezogen und kann auf diese Weise hier die Rohre einlegen. Während der obere Teil mehr oder weniger schon seit über 100 Jahren dort gewachsen ist an Erde, habe ich den unteren Teil hier erst vor kurzem aufgefüllt. Das sieht man hier. Die Erde ist noch absolut weich. Auch der Rasen, der sich oben bereits angesetzt hatte, war nicht in der Lage, diese lockere Erde zu halten. Aus diesem Grunde habe ich hier keine Keile aus dem Graben herausholen können, sondern das Ganze einfach über Erdhaufen ausgeschachtet. Den Zugang zu meiner zweiten Verteilerbox habe ich ebenfalls freigelegt und kann hier mit dem Rohr durch die Öffnung hindurchstoßen und das bereits bestehende Rohr anschließen. An den Seiten, an welchen ich die Sprenger einbauen will, muss ich noch etwas tun. Denn hier habe ich Beton angesetzt, um die Borden zu halten. Das betrifft diese Ecke, es betrifft diese Ecke und es betrifft drüben die beiden Ecken an der kleineren Zone. Dieser Beton ist natürlich knüppelhart und kann nicht mit dem Spaten geöffnet werden. Aus dem Grunde werde ich hier mit dem Kompressor und meinem Druckluftmeißel das Ganze so weit frei hämmern, frei klopfen, dass der Sprenger von der Tiefe her hier in dieses Loch hineinpasst. Ich werde mir das frei legen, werde zwischenzeitlich die Wasserwaage drüber legen, um das Ganze auf einer Ebene zu haben. Nachdem ich nun auch die anderen Ecken frei gepickert habe, kann ich mit dem Verlegen der Rohre und dem Einbau der Sprenger beginnen. Ich werde hier vorne am Haus starten. Ich werde mir die Sprenger entsprechend präparieren, die passenden Düsen bereits einbauen, den Swingscheunt installieren und vorne am Ende den Übergang für das PE-Rohr. Dieses Bauteil wird dann erst einmal an die Position, wo es hin soll, eingesetzt. Anschließend werde ich mir das Rohr in diesen Graben einlegen, werde es anschließen und den Sprenger mit Erde umfüllen, ihn auf die richtige Position bringen. Wichtig ist, dass der Sprenger waagerecht steht bzw. wenn er nach oben fährt, senkrecht steht, dass das Ganze wirklich gleichmäßig in die Seiten sprengen kann. Das Rohr wird dann hier rüber verlegt. An dieser Stelle werde ich ein T-Stück einbauen, einmal zum Hauptrohr und einmal zum weiteren Sprenger auf der anderen Seite. Das Rohr wird dann hier auf der anderen Seite. Das Rohr wird dann hier auf der anderen Seite. Ich habe hier die Zuleitung zu den beiden Sprengern am Haus. Und hier nun die Zuleitung zu den beiden Sprengern am Parkplatz. Diese beiden muss ich jetzt hier über das T-Stück verbinden und kann dann in diese Richtung weiter zu meiner Ventilbox gehen. Um das Ganze miteinander zu verbinden, schaffe ich mir noch ein wenig mehr Platz und lege mir zunächst das T-Stück auf das Rohr auf. Beim T-Stück müsst ihr wissen, die Schnittkante befindet sich hier hinten an der Stelle, wo diese konische, trichterförmige Neigung zu Ende geht. Und bis hierher reicht das Rohr. In dem Falle, wenn ich das jetzt hier so platziere, weiß ich, ich kann das Ganze an dieser Stelle abschneiden. Achtet darauf, wenn ihr abschneidet, dass euch das Rohr nicht zu oft oder zu tief in die Erde hineinfällt. Ansonsten müsst ihr, bevor die Anlage richtig läuft, das Ganze durchspülen. Zum Anbringen eine halbe Umdrehung das Ganze öffnen, aufschieben, kräftig nachschieben und eine halbe Umdrehung zurück, bis es einklickt. Danach kann man das Ganze noch drehen, aber das ist schon fest. Wenn ich das Ganze jetzt hier positioniere, mir auflege, dann weiß ich, dass ich das Ganze hier habe, ich mache mir meine Markierung. Und für den Fall, dass die Rohre auf beiden Seiten schon verbaut wären, müsst ihr natürlich beide Markierungen machen, um das Mittelstück komplett herauszuschneiden. In meinem Fall ist das rechte Rohr verbaut, das linke ist noch komplett frei. Das heißt, es reicht, wenn ich es auf der rechten Seite abschneide. Auch hier eine halbe Umdrehung zum Öffnen, das Rohr einstecken, halbe Umdrehung zum Schließen und dann ist das Ganze fertig. Und auf dieser Seite das Gleiche, eine halbe Umdrehung zum Öffnen, bis zum Anschlag nochmal nachschieben und schon ist das Ganze fertig. Die Rohre werde ich mir noch schön im Graben auslegen. Im Moment ist es sehr warm, das heißt, die Sonne tut ihr Übriges dazu. Ich habe die ersten vier Sprenger montiert. Jeweils in den Ecken habe ich die Sprenger eingebaut und habe sie mit etwas Erde zunächst nur festgedrückt. Wenn das Ganze dicht ist, wenn ich meinen Test gemacht habe, werde ich diesen Bereich großflächig mit Wasser einweichen, mit Erde nochmal auffüllen und das Ganze richtig festdrücken. Die Rohre kommen von dort hinten, wie auf meinem Bauplan eingezeichnet, hier das T-Stück, was diesen Sprenger mitnimmt. Das Rohr geht hier um die Ecke herum. Ihr seht, hier liegt es noch nicht richtig auf. Daher muss ich noch mit dem Spaten etwas nachhelfen. Und dann geht es hier zum T-Stück und vom T-Stück aus das Restrohr von der Rolle, welches hier totendet. An einigen Stellen habe ich bereits die Keile, die ich ausgeschnitten habe, meine Erdkeile wieder eingebracht. Ihr seht, hier liegt noch jede Menge daneben. Wenn ihr eine Folie untergelegt habt, ist das denkbar einfach. Ich werde das Ganze nachher mit dem Rechen aufnehmen und anschließend mit dem Rasenmäher drüber gehen. Der Rasenmäher funktioniert wie ein Staubsauger und nimmt den Rest mit hoch. Diese Steine und dieser Müll, der sich hier in der unteren Erde befindet, den werde ich entsorgen. Und wenn ihr hier seht, das Ganze ist nicht flächig aufgefüllt. Ich werde das hier ebenfalls kräftig wässern, sodass das Ganze weich wird, dass ich es nach unten treten kann. Und dann werde ich das Ganze mit Mutter Erde, die ich erneut mir kaufen muss, auffüllen. Ich habe das T-Stück, auch alle anderen T-Stücke und die Verbinder soweit offen gelassen, um zu testen, ob die Verbindungen dicht sind. Hierzu werde ich nun einen Adapter an das Ende vom Schlauch anbringen. Ihr seht hier das Rohrstück. Auf der anderen Seite habe ich jetzt einfach eine Muffe von 3,25 Zoll auf das 1 Zoll Gardena-Hahnstück angebracht. Das werde ich jetzt hier einfach drauf machen. Eine halbe Umdrehung zum Öffnen, aufschieben, nachschieben, eine halbe Umdrehung zum Schließen. Und nun werde ich den Schlauch einstecken und dann sollte hier bereits die Sprenger nach oben kommen. Ja, das Ganze funktioniert, ist aber noch nicht wirklich richtig eingestellt. Ihr seht, die Sprenger sprühen überall hin, nur nicht dahin, wo sie hinsprühen sollen. Das macht es für mich gar nicht so einfach, euch das Ganze mal zu zeigen. Der große Sprenger macht natürlich genau dahin, wo er nicht hin soll. Aber das Ganze kann ich auf diesem Weg erst einmal provisorisch hinrichten. Ich werde euch im Laufe dieser Projektserie zeigen, wie ihr die Sprenger richtig einstellen könnt. Den Winkel, die Wurfweite, die Startzone. Doch jetzt geht es mir erst einmal darum zu schauen, ob das Ganze dicht ist. Und hierfür ist es das Sinnvollste, die Sprenger abzustellen, dass die Köpfe nach oben kommen, aber eben nicht bewässern. Sprenger abzustellen! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn ihr außen herum den gesamten Bereich freigegraben habt und am Nullpunkt sozusagen seid, dann kann natürlich auch der blaue Fitting zum Einsatz kommen. Denn ihr habt genügend Spiel links und rechts, um mit diesen Rohren zu arbeiten. Ich habe diese Box allerdings vor einem guten Jahr eingebaut. Sie ist schon gut in der Erde verwachsen. Ich wollte nur umjahr den gesamten Bereich wieder freigraben. Ich habe hier den Anschluss für die Weiterverteilung des Rohr verlegt zu dieser anderen Box. Die hinten die andere Seite der Einfahrt mal bedienen soll. Ich habe hier das Ventil, welches die Rasensprenger auf dieser Fläche versorgt. Ich habe hier den Fitting mit dem Rohranschluss, welches quer über meinen Gabionenhang verläuft, wo ich eine Hangbewässerung und eben auch die Bewässerung für die Hochbeete und dergleichen bauen möchte. Und hier am Schieber, der im Moment auch abgestellt ist, ebenfalls ein Wasserstrang, der unter meinem Gehweg entlang gehen wird zum Tierhaus, um auch dort eine Wasserversorgung zu haben. Das Ganze liegt jetzt eine gute halbe Stunde. Der Wasserdruck steht und die Uhr bewegt sich nicht. Das heißt, das Ganze ist dicht. Worauf solltet ihr beim Einbau achten? Grundsätzlich sollte der Verteiler gut liegen. Ich habe das Ganze, nachdem ich den Verteiler eingebaut habe, nachdem ich einen Dichtheitstest gemacht habe, mit Kies unterfüttert. Der Verteiler, als auch die Ventile, die Fittinge und dergleichen liegen satt in diesem Bett. Das bedeutet, wenn der Druck von oben hier drauf steht, es biegt sich nichts nach unten durch. Weiterhin sollten die Abgänge hier jeweils parallel verlaufen, so wie es unten aus dem Verteilerkopf hinauskommt. Wenn die Muffe nach vorne geschoben ist und die Rohre ein wenig nach links oder rechts wegknicken, kann es sein, dass die Dichtung, die sich hier in dieser Schiebemuffe befindet, nicht ganz dicht hält und das Wasser hier herausrinnt. Ich habe deswegen hier an meinem Rohr noch einmal ein bisschen von der Erde wegnehmen müssen, um einen schönen Bogen zu legen. Das Rohr habe ich befestigt mit etwas Sand und Kies oben drüber. Ansonsten ist das Ganze dicht. Ich habe hier noch die Anschlüsse für den Steuercomputer. Das zeige ich euch dann später. Und einen kleinen Test, den machen wir jetzt gleich mit. Und ihr seht, alle Sprenger laufen. Vorsorglich habe ich sie ein wenig voreingestellt, damit ich hier nicht ganz so umlegen sitze. Die Keile auf der Rasenfläche habe ich nun komplett wieder eingelegt, beziehungsweise die lose Erde auf dem kleineren Teilstück eingehakt. Ihr seht, das Ganze ist noch rund, ist noch nicht wirklich eingegraben. Die Erde ist einfach noch zu hart. Sobald das Ganze durch Regen oder durch die Bewässerung weicher wird, kann ich die Erde eindrücken, mit der Rasenwalze darüber gehen und das Ganze glatt bekommen. Die Erde, die ihr hier seht, besteht lediglich aus Steinen und Müll. Die werde ich entsorgen. Die andere Erde habe ich erst mal in Eimer abgefüllt. Die werde ich sieben und anschließend die Kahlstellen, die Hohlstellen auffüllen. Was ist noch zu tun? Als nächstes werde ich natürlich den Steuercomputer anschließen an meinem Ventil. Hierzu werde ich das Kabel ziehen, werde das Ventil anschließen, werde schon eine Vorbereitung treffen für die Ventile, die ja später mal noch weiter unten gebaut werden, dass hier ein Verteilerzentrum hineinkommt. Und ich werde das Kabel auf der anderen Seite zu meinem Steuercomputer führen und diesen entsprechend programmieren, damit diese Fläche automatisch mitbewässert wird. Darüber hinaus werde ich natürlich auch die Sprenger richtig einstellen. Ich werde sie richtig einbauen. Im Moment sind sie noch etwas locker, denn die Erde ist einfach zu hart. Aber durch dieses Regnen, durch dieses Sprengen, ihr seht es hier, wird das Ganze schon weicher, sodass ich das Ganze richtig gut einbauen kann. Das Ausrichten der Sprenger und die Einstellung der Beregnungsdüsen, den Winkel, den Anfangsbereich und die Wurfweite von allen Düsen, die ich hier verbaut habe, das zeige ich euch dann im nächsten Video dieser Projektserie. Denn an dieser Stelle bin ich zunächst fertig. Ich hoffe, dieses Video war informativ für euch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach unten in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, um mir einfach mal ein Feedback zukommen zu lassen. Und ganz besonders würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mein Video honoriert mit einem Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn noch nicht passiert, drückt rechts unten auf den Abo-Knopf. Dann verpasst ihr keins der neuen Videos aus dieser Projektserie. Und darüber hinaus werft einen Blick in die Beschreibung. Dort findet ihr die Anleitung der Hersteller. Dort findet ihr Links zu meinen Bauprojekten. Und ihr findet auch die Links zu den Materialien, die ich hier verbaut habe. Wenn ihr das nachbauen wollt, einfach klicken. Gleicher Preis für euch und eine kleine Provision für mich und meinen Kanal. Ich bin an der Stelle fertig und freue mich auf euch bei meinem nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ciao! Bis dahin, macht's gut, ciao! Bis dahin, macht's gut, ciao!